Es ist schon geil, dass da wieder Schnee liegt da oben. Mhm. Guck mal, die Antworten, hast du es gehört? Mhm. Hörst du es? Ja, der eine Vogel hat gerade geantwortet. Jetzt nicht mehr. Filmst du? Du Frechdachs. Schon ganz schön lange, ja. Okay. Sollen wir weiter gehen? Ja. Okay. Was steht an heute? Weißt du was? Ich fand es vorhin echt spannend, was du über WhatsApp gesagt hast. Und du hattest ja ein bisschen Stress mit deiner Freundin. Erzähl mal kurz, was da war. Ganz kurz und knackig. Ich weiß nicht, wie ich das so schreiben soll. Also, mein Handy war wohl noch auf WhatsApp. Ja. Und ich bin kurz weg gegangen. Ja. Und dann hat meine Freundin halt was gelesen, äh, was geschrieben. Und, ich glaube ich nicht raus. Warte, wo war ich? Du hattest, also du hattest gesagt, ihr hattet irgendwas wegen Hausaufgaben zu besprechen. Ja, genau. Oder sie wollte was wissen, oder? Ja, genau. Sie wollte was wissen. Und dann war es halt so, dass ich war ja noch auf WhatsApp, also mein Handy war noch auf WhatsApp offen. Ja. Und dann sah es halt bei ihr so aus, als hätte ich es gelesen. Ja. Und dann war die voll sauer, dass ich nicht, ähm, geantwortet habe und so. Ja. Und dann hat sie sogar deinen, wie sagt man da, Status? Nein, mich blockiert. Bei WhatsApp? Ja. Also, früher hat man dann gesagt, ich bin nicht mehr deine Freundin. Ja, hat sie auch gesagt. Und dann habe ich gesagt, deswegen gehen heutzutage ganze Beziehungen kaputt, wegen diesem blöden blauen Häkchen. Mhm. Hey, der Stand ist, du hast es gelesen. Also die Maschine sagt, dass man es gelesen hat. Und dann habe ich so eine geniale Idee. Fand ich echt gut. Man könnte ja irgendwie so machen, dass man bei jeder Nachricht ist so ein blauer Haken. Ja. Und dann, wenn man es wirklich gelesen hat, kann man den antippen. Ja. Und dann wird es bei den anderen der Haken halt angezeigt. So nach dem Motto, jetzt habe ich es wirklich gelesen. Und dass man vielleicht auch auswählen kann, habe es gelesen, kann die aber erst später antworten. Oder sowas, ne? So Möglichkeiten. Ja, aber es sollte ja möglichst schnell gehen. Ja. Aber dass man auf jeden Fall nicht, dass das Gerät nicht sagt, man hat es gelesen, obwohl man es vielleicht noch nicht gelesen hat oder keine Zeit gehabt hat, das zu antworten. Ja. Das ist geil. Müsstest du eigentlich mal WhatsApp schreiben, dass sie sowas einführen, um nicht so viele Beziehungen oder Freundschaften kaputt zu machen. Aber ihr habt euch wieder verstanden, oder? Ja. Okay, geil. Ja, ich habe es ihr erklärt und dann, ja. War es wieder okay. Ah, da bin ich so froh. Aber schon ein bisschen verrückt, oder? Mhm. Krass. Sonst noch was? Ja, ganz schön Matsch. Nö. Nö? Dann halten wir das Video kurz. Es ging heute nur um WhatsApp. Ja. Und dass ihr jetzt auch lernen müsst, damit umzugehen. Ja. Oder willst du mal kurz sagen, wie das jetzt in der Schule läuft beim Homeschooling? Oder machen wir da ein neues Video draus? Hm. Ne, eins, weil sonst wird es wirklich zu kurz. Echt? Ja. Ne, wir machen ein neues Video. Kurze Videos sind auch gut. Okay. Okay. Tschüss. Abonnieren nicht vergessen.